meine Damen und Herren willkommen zu einem Video hier auf dem Kanal heute zeigt euch wie man den Glitch macht heute zeigt euch den Glitch wie easy die einen Millionen Punkten knappen könnt so ich hab das einmal gemacht und na das ist schon unfair aber macht schon manchmal Spaß und man kann es macht es auch aber keinen Spaß wir alle darf kaum stehen egal so etwas wird hier so langsam wie möglich zu sein wenn man was zeigen möchte geht herunter wird hier so langsam wie möglich zu sein so jetzt ist hier runtergehen weiß ich also du dürf nicht jeder map untertagen bruder wir sind nur noch 4 so ja ja bruder hm immer wenn man was zeigen möchte funktioniert halt nicht ne die lust bekommen nicht mal 16 punkte hier ne so so nein langsam macht langsam macht so jetzt gehen wir wieder herunter nicht runterfallen bitte also einigen punkte willkommen so jetzt bleiben wir hier 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 und hier ist ein wagen jetzt geht er so auf passager und wir dürfen nicht in die falle also wir dürfen einmal in die falle laufen wir müssen jetzt probieren hier raus zu gehen und nicht los zu fahren jetzt geht er wieder zum fahrer ich will irgendwie auf die karte zu lenken oder das verknappt und jetzt machen das einzige und jetzt machen das einzige jetzt hier schon eine tabelle ich habe das 4.000 Punkte so können die die einen jungen erreichen und dann gehen wir nochmal raus und der hat mir das gezahlt so weit das ist nicht möglich naja es war euch schon das für diesem video und tschüss Bis zum nächsten Mal.